Musik Hallöchen, Shalom und Bonjour! Ein neuer Tag, ein neues Q&A. Ohne großartig zu reden, fangen wir an. Welche True Crime Podcasts hörst du am liebsten, auch für die Recherche? Also ich habe, was das betrifft, keinen speziellen Favoriten. Mir ist es nur wichtig, wenn ich eine Doku oder einen Podcast über einen Fall höre, dass Menschen da dabei sind, die auch wirklich damals dabei waren oder irgendwie involviert. Das ist mir sehr wichtig. Ich möchte die Geschichte immer von Menschen hören, die irgendeinen direkten Bezug dazu haben. Und das grenzt die Auswahl schon ziemlich ein. Schon mal darüber nachgedacht, einen Discord-Server zu machen? Wasser mit oder ohne Kohlensäure? In welchen Schulfächern warst du in der Schule am besten? Ein Discord-Server ist auf jeden Fall etwas, das ich in naher Zukunft haben möchte. Das dauert im Moment alles nur, weil ich neben meinem Discord-Server auch noch gerne einen anderen Ort erschaffen will, an dem sich meine Community treffen bzw. austauschen kann. Dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Wasser trinke ich ausschließlich mit Kohlensäure. Ich liebe Kohlensäure. Eigentlich trinke ich Kohlensäure mit Wasser. Und Schulfächer? Mal überlegen, ist schon so lange her. War ich gut in irgendwas? Ja, doch, Moment. Ich war gut in Geschichte, Kunst und Deutsch. Mochtest du Attack on Titan? Natürlich! Was denkst du, welche Altersklassen sind in deiner Community im Groben am meisten vertreten? Also, raten muss ich da gar nicht. Ich weiß den Altersdurchschnitt meiner Zuschauer. Ich sehe das nämlich in meinen YouTube-Statistiken. Sofern, da jeder sein richtiges Alter angegeben hat, ich kann es euch auch mal gerne einblenden, ist ziemlich ausgeglichen, wie ich finde. Ich weiß jetzt aber natürlich auch nicht, wie es bei anderen YouTubern ist. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass es so viele unterschiedliche Menschen sind. Wenn du einen Mord begehen würdest, was wäre die Waffe deiner Wahl und wieso? Das ist eine sehr gute Frage. Was würde ich nehmen? Also, der Detektiv-Conan-Fan in mir hat gerade eine Menge dubioser Ideen. Ich erinnere mich an einen Fall, wo die Täterin jemand mit dem angeschliffenen Bügel ihres BHs jemanden ermordet hat. Und ja, die Idee nehme ich. Ich finde, das hat was. Das hat irgendwie Klasse. Und da kommt doch keiner drauf. Hast du Xenoblade 1 gespielt? Und warum nicht? Ja, habe ich. Sogar damals zum Release. Wann war das? Ich glaube 2011, 2010. Hast du eigentlich schon mal daran gedacht, ein Crossover mit einem anderen YouTuber zu machen? Ich würde wahnsinnig gerne mal mit einem anderen YouTuber zusammenarbeiten. Und tatsächlich ist da in Zukunft auch etwas geplant. Das Problem ist nur, zurzeit bin ich privat sehr, sehr eingespannt. Es ist einiges los bei mir, weswegen diesbezüglich noch nichts kam. Aber das wird kommen. Das waren wieder ein paar Fragen von euch für mich an euch zurück. Ergibt das Sinn? Jedenfalls, ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.